Nicht nur von der Umwelt sprechen, sondern für deren Erhalt arbeiten. Kommen zu Viva Solar. Wir sind derzeit 14 Mitarbeiter und wären gerne mehr. 15, 16, 17 bis zu 30 Mitarbeiter. Wir wollen expandieren und dafür brauchen wir dich. Der neue Kollege kann gerne ein Quereinsteiger sein. Es gibt keine Ausbildung im Bereich des Insolateurs. Er muss ein gewisses handwerkliches Geschick haben, vieluntauglich sein und auch bei Wind und Wetter draußen arbeiten. Man arbeitet im Freundeskreis. Ich fühle mich bei der Firma Viva Solar sehr wohl und möchte bis zu meiner Rente hier arbeiten. Die Geschäftsführung sieht zu, dass die Monteure bzw. Elektriker jedes Jahr mindestens ein Training bekommen. Jeder hat die Chance, die Möglichkeit sich hier weiterzubilden und das ist uns auch sehr wichtig, um die Qualität entsprechend hochzuhalten. Am Feierabend soll jeder unserer Mitarbeiter zufrieden und glücklich nach Hause gehen. Was mich antreibt, ist die Idee, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Nicht Fridays for Future, sondern Every Day for Future. Gut, wenn du jetzt Lust hast bei uns zu arbeiten, melde dich einfach ganz unkompliziert bei uns. Wir freuen uns auf dich.